Das hier sind die giftigsten Quallen auf der ganzen Welt. Aber davon lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal, wenn ihr auch diesen Hund hier süß findet. Und wenn ihr auch einen richtig heftigen Fortnite OG Account gewinnen möchtet, dann schaut das Video an, was ich in den Kommentaren verlinkt habe.